Jetzt geht es hier um die Xbox One X, denn so heißt Project Scorpio nun und bei mir sind Ray und Heiko und wir wollen ein bisschen drüber reden über die neue Konsole. Was wissen wir schon von der Pressekonferenz? Die Xbox One X wird 499 Euro kosten und am 7. November erscheinen, aber ihr beide, ihr habt ja ein weiteres Event besucht und ihr wisst schon ein bisschen mehr und was habt ihr da noch Neues erfahren? Wir waren heute zu Gast beim sogenannten Xbox One X Showcase. Da haben wir eine gesonderte Präsentation bekommen vom Xbox Marketing Manager, der nochmal die Hardware ausführlicher präsentiert hat, einschließlich einer Dolby Atmos Demo und ein bisschen nochmal auf ein paar Details eingegangen ist. Dann waren da noch diverse Entwickler, unter anderem The Coalition mit Gears of War, die nochmal gezeigt haben, wie die Xbox One X, wie sie das in ihren Spielen nutzen und wie sie die Spiele damit verbessern. Und dann hatten wir eben aber auch noch die Möglichkeit, unten auf dem Showfloor, da wo zuvor die Pressekonferenz war, auch Xbox One X Titel auf den Dev Kits anzuspielen, unter anderem Forza und Ashen. Wir sind natürlich sehr gespannt auf eure Eindrücke und über die, die sprechen wir jetzt. Das wohl größte Fragezeichen im Vorfeld, das war natürlich der Preis. Da wissen wir nun, es sind knapp 500 Euro und das ist natürlich schon eine Ansage, oder? Ja, auf jeden Fall. Also viele hatten ja mit sehr viel mehr gerechnet tatsächlich. Also gerade, wenn man in Betracht sieht, was diese Konsole leisten kann, was ja wirklich mal eine Hausmarke ist. Ich meine, wir kennen alle die Specs. Und es gab zwar im Vorfeld auch Gerüchte, dass es weniger kosten soll, aber die hat nicht wirklich jemand so richtig ernst genommen. Das war natürlich eine Hoffnung von vielen, gerade weil die PlayStation Pro ja schon mit weniger zu Buche schlägt. Aber es ist eine Hausmarke. Also es ist eine echte gute Ansage. Und ich glaube, das könnte für viele doch ein Verkaufsargument sein. Ja, das Interessante ist ja, was man dafür letzten Endes bekommt. Und die Hardware-Spezifikationen, die lesen sich auf dem Papier schon recht attraktiv. Und was man ja auch nicht vergessen darf, und das ist wahrscheinlich dann auch der Preisunterschied zur PlayStation 4 Pro, bei der Xbox One X bekommt man ja noch ein UHD-Laufwerk mit dazu. Genauso allerdings wie auch bei der Xbox One S. Aber wenn man auch nur einen UHD-Player kauft, also ohne Konsole dazu, da ist man bei einem guten Modell ja auch schon mit 200, 300 Euro am Start heutzutage. Insofern, also ich persönlich bin zufrieden mit dem Preis. Das ist das, auf das ich einerseits gehofft und mit dem ich aber auch andererseits ein bisschen gerechnet hatte. Weil 599 wäre dann doch eine Nummer zu heftig gewesen wahrscheinlich. Du hast es ja gerade schon gesagt, Ray, die Hardware-Spezifikationen an sich, die waren ja schon größtenteils im Vorfeld bekannt. Hat euch denn noch was überrascht jetzt an der Konsole? Mich hat tatsächlich die Größe überrascht, muss ich sagen. Also ich habe damit gerechnet, dass sie größer wird. Gerade wenn man weiß, was quasi drinsteckt in dem Kasten, dann rechnet man schon damit, dass er größer wird. Aber jetzt ist er ja sogar noch kleiner als die Xbox One S. Und das ist schon eine Überraschung gewesen. Also als man das gesehen hat, man hat es ja auch gehört im Publikum, wie alle ausgerastet sind. Aber das dann wirklich in Natura nochmal zu sehen, das war schon nicht schlecht. Also das freut mich persönlich, weil das heißt, wenn man sich noch eine Konsole anschaffen möchte, heißt es weniger Platz im Schrank. Das ist immer gut. Ja, wir haben sie dann ja auch noch nach dem Xbox One Showcase, also nach der Präsentation, haben wir tatsächlich dann auch das Ding in Natura noch gesehen. Habt ihr sie angefasst? Ja, natürlich haben wir sie angefasst. Das fühlte sich jetzt aber auch nicht großartig anders an als die anderen Konsolen. Aber man wurde natürlich strengstens beobachtet. Da standen schon so ein paar Gorillas um einen rum. Ja, aber hat auch, das kann ich vielleicht auch nochmal sagen, die gleichen Anschlüsse wie die Xbox One auf der Rückseite, beziehungsweise Xbox One X, da gibt es jetzt keine großen. Also Kinect ist wieder über USB-Adapter, ne? Genau. Lachst du gerade, weil ich Kinect sage. Weißt du, auf der gesamten, niemand auf dieser E3 hat auch nur das Wort Kinect in den Mund genommen. Nicht mal Microsoft, aber Jules. Ich möchte jetzt trotzdem Xbox One S, Xbox One, Xbox One sagen. Das ist gut. Aber wir wollten über das wirklich über wichtige Themen reden. Was tatsächlich mich überrascht hat noch an der Präsentation, was man vorher noch nicht wusste, war das Thema Kühlung. Was ja wahrscheinlich auch ein Grund dann für die geringe Größe der kleinen Kiste ist, nämlich, dass sie ein sogenanntes Waper Chamber verwenden. Und das ist halt so, da wird das Wasser im Vakuum verdampft, was dann mit der Hitze, die die Konsole erzeugt und dadurch wird die gesamte Konsole gekühlt. Und das ist so, schon so ein bisschen cool. Das finde ich so, ja, Jules, so eine wassergekühlte Konsole, weißt du. Man kann das schon mal sagen, da kann man schon mal klatschen. Nein, das war so das, wo ich so sage, okay, das finde ich irgendwie nett. Nein, aber auch die, man glaube, ich kann schon sagen, dass sie sich sehr, sehr viele Gedanken über die Architektur gemacht haben. Und mein Gott, wenn man sich noch an die erste Xbox One erinnert, ja, oder noch diesen Netzteigknochen, der auch schon wieder noch ein Kilo gewogen hat. Und ich habe den noch daheim, was der allein für einen Radau macht. Und insofern wirkt das schon alles recht ausgeklügelt auf mich, was sie da am Start haben. Man muss natürlich sagen, was Kühlung angeht, da haben sie wahrscheinlich auch immer noch so ein bisschen ein Trauma noch aus Xbox 360 Zeiten. Da werden sie wahrscheinlich sich immer sehr viel Gedanken über die Systeme machen. Ja, wir wollen natürlich auch über die Spiele reden. Auf dem Papier gab es einiges, was dort angekündigt wurde. Aber was sagt ihr denn so zu dem Line-Up? Ray, du guckst schon? Ja, ich habe da ja schon die ganze Zeit nicht so wirklich zurückgehalten, was das anging. Also ich war ja doch relativ enttäuscht, muss ich sagen, vom Line-Up. Weil, also erstens fand ich es ein bisschen, ich möchte nicht sagen, schockierend, aber doch nicht so toll, dass es keinen First-Party-Titel zum Launch gibt, keinen großen. Und die Exklusivität, auf die sie sich immer bezogen haben, ist natürlich auch so eine Sache, weil es ist natürlich alles auch oder fast alles noch für den PC oder bei manchen Sachen ist es zeitexklusiv. Und das ist halt gerade, wenn man es dann mit Sony vergleicht, die wirklich Exklusivtitel haben und Studios, die nur für sie arbeiten, da ist es natürlich dann, also für jemanden wie mich, der wirklich mehr Wert auf Software als auf Hardware legt, bei mir nützt es nichts, wenn die Konsole das schönste Bild der Welt rausgibt, wenn es kein Spiel gibt, das ich damit wirklich spielen möchte. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass es das nicht gibt, weil ich habe einige tolle Spiele angespielt. Aber es ist doch, war doch ein bisschen enttäuschend, muss ich sagen, also da hat mir doch die Innovation gefehlt und das Besondere. Und das fand ich sehr, sehr schade und das fand ich auch ein bisschen schwach, muss ich sagen. Da war ich, ja, bin ich einfach enttäuscht, muss ich ehrlich zugeben. Fandst du das auch, Heiko, oder? Also zum Beispiel gibt es ja einen First-Party-Titel, das ist halt Forza Motorsport 7. Naja, hallo? Also ich muss ganz ehrlich sagen, für mich ist das ein System-Seller, aber ich bin da ja auch ein großer Fan der Serie und ich habe es ja heute spielen dürfen. Und das Teil in 60 Frames und 4K und mit den Effekten, das rockt schon. Also es war sehr, sehr beeindruckend, was ich da auch optisch erlebt habe. Und es kann natürlich einerseits daran liegen, dass die Jungs von Turn 10 wirklich auch die Hardware beherrschen. Aber das sah schon echt rattenscharf aus. Und ich kann mir, es wird auch auf dem PC erscheinen, ja. Aber um das auf dem PC hinzubekommen, da werden keine 500 Euro reichen. Da darfst du gerne mal mit dem, ja mindestens mit dem Doppelten rechnen. Also insofern, wenn man einen 4K-Fernseher hat und Rennspielfan ist, dann kann allein schon Forza Motorsport 7 definitiv ein Kaufgrund sein. Nein, ansonsten gebe ich recht, da hat noch irgendwas gefehlt. Wenn sie jetzt wirklich nochmal einen Hardware-Push hätten machen wollen, dann hätte es halt auch dann doch irgendwie einen Halo oder einen Gears oder irgendwas anderes gewesen. Aber man sagt, alles klar, so das ist jetzt was mit dem, oder so was wie Horizon bei Sony, irgendeine neue IP, wo du sofort sagst, alles klar, ich verstehe, wozu diese Hardware gut ist. Da ist jetzt auch neue Spiele, die das wirklich ausschöpfen. Und das war ja auch bei Horizon bei der PlayStation 4 Pro, da war es schon recht offensichtlich, das haben sie so präsentiert. Und das hat dann auch wirklich in 4K entsprechend beeindruckt, auch wenn es nicht nativ in 4K läuft, im Unterschied übrigens zu Forza. Allerdings gibt es ja auch das Upgrade-Programm, genau wie bei Sony werden jetzt im Nachgang wirklich viele Spiele nochmal angepasst für die Xbox One X. Ich will immer noch Project Scorpio sagen. Darfst du, wir wissen alle, was du meinst. Und wir haben Gears of War 4 gesehen und da gibt es wirklich einige Änderungen. Es werden wirklich die Texturen aufgehübscht, es werden die Sichtweite verbessert. Also man kann wirklich deutlich weiter in die Ferne sehen, die Lichteffekte werden verbessert. Also da geben sich die Entwickler auch wirklich Mühe, klar, als Haus- und Hofentwickler von Microsoft da das Maximum rauszuholen. Minecraft in 4K hat auch echt ein paar nette Effekte gehabt. Und also wenn man die Hardware ausnützen möchte, dann hat man da schon seine Möglichkeiten. Aber ich kann da auch nicht komplett widersprechen. Es wird, glaube ich, viel davon abhängen, wie die Third-Party-Entwickler wirklich auf die Xbox One X dann auch anspringen. Auch die jetzt nicht nur exklusiv. Das ist nämlich der Punkt. Man hat es ja gesehen ein Stück weit bei Anthem oder bei Schatten des Krieges, also Mittelerde. Spannend ist jetzt, sieht das besser aus als auf der Playstation 4 Pro? Oder gehen sie nochmal diese extra Meile für die Xbox? Weil es wird sicherlich Fakt bleiben, dass die Playstation 4 sicherlich die Elite-Plattform bleiben wird für viele Entwickler und damit dann auch wieder die PS4 Pro. Und wie viele Entwickler es dann wirklich noch geben wird, die dann sagen, okay, das sieht auch jetzt schon auf der PS4 Pro in 4K, sieht es auch jetzt schon gut aus. Und warum soll ich da jetzt noch für ein bisschen mehr Schärfe oder ein bisschen bessere Texturen jetzt nochmal ein paar Monate Entwicklungszeit für eine separate Xbox One X-Version dann reinstecken? Das wird interessant sein zu sehen. Wenn es so sein sollte, dass tatsächlich nochmal die Spiele einen Ticken besser aussehen, dann kann ich mir zumindest vorstellen, dass das nochmal ein Argument für die richtigen Core-Gamer ist. Also es war zumindest für mich seinerzeit ein Grund, mich für die Xbox 360 zu entscheiden und nicht für die PS3, weil ich einfach wusste, dass so bei Multi-Plattform-Titeln die in der Regel, nicht immer, aber dann doch die besser aussehende und stabiler laufende Version und mit dem besseren Texturen oder der besseren Farbgebung eben auf der 360 zu haben sein wird. Und das sind zwar nur die Details, aber mir ist sowas wichtig. Meine Hoffnung wäre jetzt ja, dass das zumindest die Titel, die jetzt bei Microsoft vorgestellt wurden, wie zum Beispiel ein Anthem, die halt auch das Xbox-Branding da hatten, dass das halt zumindest ein Indiz dafür ist, dass sie bei diesen Titeln halt eng zusammenarbeiten. Wer war es denn noch? Wir hatten Mordor, wir hatten Assassin's Creed und wir hatten Anthem. Klar, so viel war es nicht. Wir hatten noch Metro. Und Metro sah Hammer aus. Metro sah Hammer aus, ja. Aber glaubst du, dass das nur ein Marketing ist, dass sie das Xbox-Logo da vormachen oder glaubst du, dass das wirklich heißt, dass die Entwickler da aktiv mit Microsoft zusammenarbeiten? Das wäre jetzt meine Frage an dich als alten Hasen. Es ist immer schwer zu sagen. Meistens sind es ja irgendwelche Deals, die dahinter stecken, wo dann verhandelt wird, wo kriege ich die bestmögliche Plattform. Und ohne jetzt despektierlich zu sein und so cool das Metro aussah und so sehr Bock ich auch darauf habe, es ist vom weltweiten, ja, von der Reputation ist es kein Call of Duty und es ist auch kein Destiny. Das ist schon nochmal eine Blockbuster-Liga tiefer, was jetzt die öffentliche Wahrnehmung angeht. Das kann einerseits ein Vorteil sein, weil die dann eben sagen, okay, wir können nochmal ein bisschen Extrakohle auch oder Unterstützung von Microsoft eben gebrauchen und reizen das Ding wirklich mal aus. Und das, ich meine, der Trailer war fantastisch. Also Metro sah wirklich zum Anbeißen aus und Anthem ja auch. Spannend wird es halt sein, sieht es auf der PS4 Pro dann schlechter aus. Spannend wird es sein, sieht es überhaupt so aus, wie wir es gesehen haben. Also das ist ja sowas, was man nicht unterschätzen sollte. Ja, natürlich. Wie bei jedem Trailer. Du hast ja eben schon gesagt, gerade bei Gears wird es viele grafische Verbesserungen abseits von dem 4K geben. Ich denke mal, das ist auch eine Frage, die sich viele unserer Zuschauer halt stellen, die den Schritt zu einem 4K-Fanser noch nicht gewagt haben. Sie sagen ja, es gibt viel, wo man dann auch von profitieren kann. Wie schätzt ihr denn das ein? Ist es wirklich auch etwas, was ich als Nicht-4K-Fernsehbesitzer mir überlegen müsste zu holen, die Scorpio? Ja, die Technologie, um die es da geht, die heißt Supersampling. Das heißt, dass sie im Grunde genommen das 4K-Bildsignal nehmen und dann das wiederum runterskalieren dann auf 1080p. Ich bin jetzt aber auch nicht der Hardware-Experte, um zu sagen, ob das wirklich sichtbar ist. Bei der PS4 Pro, die die gleiche Technologie ja ebenfalls beherrscht, die Hardware-Kollegen haben gesagt, das ist schon sichtbar. Also es macht schon, aber es ist nicht so der Riesenunterschied, der dann nochmal, wo man dann sagt, okay, ich habe jetzt schon mir eine Xbox One X oder eine Xbox One unter dem Fernseher stehen und ich gebe jetzt nochmal 500 Euro aus, um dann eine bisschen bessere Bildqualität zu bekommen. Also für mich persönlich wäre es kein Argument für dich. Nein. Okay. Müssen wir da nicht länger ausdiskutieren, glaube ich. Nee. Wir haben jetzt viel darüber geredet, wie uns die Präsentation von Microsoft jetzt gefallen hat, aber was müsste denn eurer Meinung nach, ich meine jetzt gerade haben sie ein bisschen Momentum aufgebaut natürlich durch diese Vorstellung, was müsste denn eurer Meinung nach jetzt in den zukünftigen Monaten passieren, um eben dieses Momentum zu halten und wirklich die Konsole an den Mann zu bringen? Software. Also wirklich, wenn ich daran denke an Leute wie ich, die noch unentschlossen sind, weil ich habe viele Konsolen zu Hause stehen, ich habe einen Gaming-PC zu Hause stehen, ich brauche ein Argument, warum ich mir diese Konsole anschaffen soll, weil ich finde sie super, ich habe aber keinen 4K-Fernseher und den müsste ich mir anschaffen und die Konsole. Und bis jetzt gibt es für mich keinen Grund, weil die Software, die sie haben, kann ich mir, wie gesagt, auch auf meinem PC, kann ich die auch spielen. Und dann ist eben die Frage, was gibt es noch? Und ja, wie gesagt, sie brauchen einfach mehr gute Exklusivtitel und zwar welche, die nicht nur zeitlich exklusiv sind, sondern Microsoft braucht ein Uncharted, Microsoft braucht ein Horizon, Microsoft braucht sehr viele solche Titel oder lass es ein Bloodborne sein. Also das müssen wirklich Exklusivtitel sein, die man dann mit dieser Marke verbindet, die über Forza und über Gears of War noch hinausgehen. Und dadurch, dass sie die halt jetzt auf der E3 nicht angekündigt haben, ich kann mir nicht vorstellen, dass sowas auf der Gamescom kommt. Das heißt, ich würde sowas frühestens, wenn nicht irgendeine Überraschung zwischendurch kommt, nächstes Jahr sehen. Und dann weiß ich nicht, ob sie dieses Moment noch haben. Glaubt ihr denn danach daran, dass sie sowas noch nachlegen, nächstes Jahr vielleicht dann? Ich habe erstmal meinen Forza Motorsport 7 und ich habe einen 4K-Fernseher. Also für mich ist das Thema gegessen. Ich werde mir das Ding kaufen, definitiv. Also für mich wird sich das lohnen. Ich habe auch noch Halo Wars 2 rumliegen, dass ich noch nicht, ich glaube nur die ersten zwei Missionen gespielt habe, weil ich gesagt habe, das will ich irgendwann nochmal spielen, wenn ich mal Zeit habe. Und das kann ja auch noch warten, das halbe Jährchen, bis die Xbox One X erscheint und das dann auch gleich in 4K spielen. Also ja, und vielleicht doch nochmal Witcher 3 nochmal so in 4K. Also für mich gibt es schon ein paar Argumente. Wie gesagt, ich habe halt den 4K-Fernseher bei mir im Wohnzimmer. Und auch als Streaming-Plattform und auch mit dem UHD-Laufwerk ist das für mich einfach ein guter Deal. Also wirklich als Wohnzimmergerät mir das Ding zuzulegen. Ich habe allerdings auch eine PS4 Pro. Also da bin ich halt... Du weißt ja alles. Ja, irgendwo muss ich ja meine Chefredakteurs-Millionen reinstecken. Ja, nein, aber das ist... Also das passt schon soweit für mich jetzt erstmal. Und für die Zukunft... Ja, also da teile ich Rays Pessimismus ein bisschen. Also naja, ist ja so. Also ich glaube, es kann schon noch, wie gesagt, der Rettungsanker kann sein, wenn sie wirklich die Third-Party-Publisher davon überzeugen können, dass das die Maschine ist, auf der ihre Spiele am besten aussehen. Und es geht ja letzten Endes auch im Marketing dann darum, auch für die Third-Party-Publisher ihre Spiele gut aussehen zu lassen. Und wenn sie das hinkriegen, dass es so ist, und dann irgendwann die Third-Party-Publisher eben auch sagen, okay, auf der Xbox One X geht halt nochmal ein bisschen mehr und das brauchen wir halt für unsere Werbespots und Marketing-Aktionen. Komm, wir gehen jetzt nochmal diesen Extraschritt, ja, Ex... Wow. Um unser Spiel wirklich bestmöglich aussehen zu lassen, dann kann vielleicht nochmal so eine Entwicklung entstehen, dass dann auch die Spieler irgendwann sagen, okay, ich will das bestmögliche Spielerlebnis mit einem Call of Duty, mit einem Battlefield oder eben mit einem Anthem und das kriege ich tatsächlich auf der Xbox One X und nicht auf der PlayStation 4 Pro. Weil, da muss man auch mal sagen, Buddha bei die Fische, rein hardware-technisch gesehen, ist die Xbox One X der PlayStation 4 Pro überlegen. Das muss nichts heißen für das Durchsetzungsvermögen, aber zumindest ist es jetzt das, was Microsoft machen konnte, um vielleicht nochmal irgendwie was am Markt zu drehen. Ja, vielleicht dann nochmal abschließend eine persönliche Fazit-Zusammenfassung von euch beiden. Wie ist es denn jetzt mit der Scorpio oder mit der Xbox One X? Hat sie euch... Oder ist sie das, was ihr erwartet habt? Die Hardware ja, die Software nein. Du gefällst mir, du bringst kurze, pointierte Antworten. Ganz im Gegenteil zu deinem... Das lässt mich jetzt ein bisschen unter Druck, ne? Was Ray sagt, außer vor zum Motorsport 7. Nicht schlecht. So. So, jetzt haben wir zum ersten Mal eine besondere Situation, denn ihr zwei müsst jetzt auf unserem Hypometer die Xbox One X einordnen. Ich würde sagen, entweder ihr einigt euch oder wir nehmen einfach den Mittelwert zwischen... Ich glaube, wenn wir uns einigen sollen, dann dauert das bis morgen. Das wollen wir niemandem zumuten. Okay. Dann werden wir den Mittelwert tatsächlich nehmen zwischen euren beiden Bewertungen. Ich darf euch mal die Karte geben. Da steht noch Project Scorpio drauf. Aber so kann man es ja auch nennen. Ich glaube schon. Wenn das die Entwickler noch so tun, dann geht es in Ordnung. Shoot. Disclaimer. Ich bewerte außerdem, also da fließt für mich nicht nur die Hardware ein, sondern einfach das Gesamtangebot, wozu die Spiele zählen. Klar, mein subjektiver Hype auf das Konstrukt... Mein subjektiver Nicht-Hype auf das Konstrukt gibt eine 5. Das ist immer noch ein Mittelwert. Ein Mittelwert, ja. Wie gesagt, mich hat die Hardware überzeugt. Mich hat Forza Motorsport 7 ebenfalls überzeugt. Was danach kommt, da bin ich tatsächlich eh nicht skeptisch wie Ray. Aber Forza Motorsport 7, dann gehen wir eine 7. Nicht schlecht. 7, 5 ergibt eine 6. Salomonisch. Dann würde ich sagen, machen wir die 6. Und es passt da auch einfach noch so schön rein, ne? Ja. Sieht nicht schlecht aus. Eine 6, na gut. Da geht noch was, Microsoft, ne? Ja, das ist, wie gesagt, das ist die große Sache. Was kommt danach? Was kommt vielleicht nächstes Jahr? Und das wird ja, denke ich mal, auch davon abhängen, wie gut sich die Konsole dann verkauft. An mir soll es nicht scheitern. Ich werde es mir auf jeden Fall kaufen, weil Forza ist echt gut. Ray. An mir schon. Gut, dann bedanke ich mich auf jeden Fall bei euch für eure Einschätzung. Und ja, wir werden sehen, wie das Ganze weitergeht. Danke auch euch, dass ihr zugeschaut habt. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.